Aha, okay. Wie wär's dann mit nächster Woche Montag? Äh, da hab ich einen Termin mit Herrn Hauptkorn von der Marketingabteilung. Ähm, wie wär's mit Donnerstag in der Woche? 15.30 Uhr. Ah, schlecht, schlecht, schlecht. 9.00 Uhr Golf mit Uli und um 13.00 Uhr erst mit der Handelsdelegation aus Pakistan. Äh, Dienstag in einem Monat, da hätte ich... Geht auf gar keinen Fall. Da bin ich mit Renate und Klaus in New York auf Geschäftsreise. Und gleich danach fahr ich doch mit den Mädels nach Mallorca. Ja, Mensch, bei mir, da ging es dann erst wieder im Herbst. Wie wär's mit dem, äh, 16. Oktober? Hochzeit von René und Katrin. Weißt du doch, 2. November? Nee, da hab ich ein Meeting mit der Geschäftsführung in Frankfurt. Da muss ich auf jeden Fall hin. 19. November? Kosmetikerin, Shoppingtour mit Denise und danach Geburtstag von Marcelo. Tja, den Rest des Monats bin ich komplett dicht mit Termin bis einschließlich Silvester. Sorry. Mist, du. Irgendwann müssen wir doch Mutter beerdigen, oder? 2010?